Herzlich Willkommen bei Zeppelin. Entspannen Sie sich und genießen Sie unseren Service. Zeppelin, das heißt 35 Niederlassungen und 90 Mietstationen im gesamten Bundesgebiet. 650 Monteure und 120 Auszubildende, die wir zudem im eigenen Schulungszentrum und in eigenen Berufsschulklassen aus- und weiterbilden. Ich spreche von unseren 45 Serviceberatern, die Sie beim Betrieb Ihrer Maschinen unterstützen und Ihnen bei allen Servicefragen zur Verfügung stehen. Unser zentrales Ersatzteillager stellt sicher, dass 98% aller Ersatzteile am nächsten Tag bei Ihnen sind. Der Zeppelin Serviceberater steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Er besucht Ihre Maschinen, erstellt mit modernsten Mitteln Maschinenzustandsberichte und Laufwerksvermessungsprotokolle. Anhand des festgestellten Zustandes Ihrer Maschinen unterbreitet Ihnen unser Serviceberater ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Angebot. Genießen Sie unsere Betreuung rund um Ihre Maschinen. Über 300 Zylinder sind im Austausch über Nacht für Sie verfügbar. Sie bezahlen nur die tatsächlichen Reparaturkosten. Für Reparaturen an Hydraulikkomponenten, Getrieben und Motoren hat Zeppelin eigene Servicewerkstätten. Ihr Serviceberater organisiert alle Reparaturen nach Ihren Wünschen. Von der Qualität unserer Motorreparaturen sind wir überzeugt. Genießen Sie eine zweijährige Garantie. Wir sind für Sie da, wenn es um die Auswahl des richtigen Servicevertrages geht. Planen Sie beruhigt Ihre Kosten. Mit innovativen Technologien können wir Ihre Maschinen perfekt betreuen. Nutzen Sie mit uns die Möglichkeiten von moderner Maschinendiagnostik. Benötigen Sie Ersatzteile? Sie können Ihren Bedarf gerne einem unserer Mitarbeiter telefonisch, per Fax, per Mail oder ganz bequem über das Internet mitteilen. Egal, wo Sie gerade arbeiten. Egal, was Sie gerade arbeiten. Entspannen Sie sich und genießen Sie den Service von Zeppelin. Ihr Cut ist bei uns in besten Händen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017